Es wird Zeit. Oh, habe ich Lust. Lange ist es her, dass wir auf ihn reagiert haben. Oberkörper-Trainingsplan für Anfänger im Fitnessstudio kostenlos von Bastardius Gedanius. Freunde, Kai Gedan, let's go. Tschüss. Kosten wollen wir nicht. Jeder guckt nur noch ab, aber selber ausprobieren macht keinen Schwanz, weil könnte ja nicht richtig sein. Langsam. Ja. Oh, leck mich. Boah, Freunde, sorry, Alter. Ich habe gerade aus Versehen hier irgendwie ein anderes, falsches Video gestartet. Boah, Junge, kurz Herzinfarkt bekommen, Alter. Das war so laut. Gottlos. Also nochmal, Freunde. Warte, ein Fail. Oberkörper-Trainingsplan für Anfänger im Fitnessstudio kostenlos von Kai Gedan, dem Bastardius, Freunde, ihr wisst. Let's go. Nochmal, Gott. Also, weil Stefan hat zerreißt, glaube ich, gleich den Nacken, wie sich das anfühlt. Boah, das sieht richtig krass aus. Und man sieht auch, dass ihr auch richtig krass im Bizeps ankommt. Ach, dann ist der Unterleitnerverschnitt, der Bruder, den wir uns schon mal anguckt haben auf dem Hauptkanal. Seht ihr auf jeden Fall, dass die Übung richtig gut im Bizeps ankommt. Heute gibt es ein komplett kostenloses Oberkörper-Training. Zusammen mit Stefan werden ihr komplett durchs Fitnessstudio gehen und euch... Hat der Stefan also nicht zahlen müssen fürs PT beim Kai? ...de einzelnen Übungen erklären. Vorab könnt ihr erstmal den ersten Link in der Videobeschreibung abchecken. Dort findet ihr nämlich einen kostenlosen Trainingsplan, damit ihr auch besten versorgt seid im Gym. Das gucken wir uns jetzt erstmal an. Google Jogs. Kostenloser Trainingsplan. Den öffnen wir jetzt hier mal kurz. Hallo. Oh. Ich sehe hier keinen Trainingsplan. Ich sehe irgendwie nur eine Tabelle, wo du das eintragen kannst. Digga, der hat eine Spalte sogar für Setup gemacht. Ups. Kai Gedan, Alter, der ist wirklich... Das ist ein raffiniertes Bürschchen, ne? Der nimmt das hier richtig ernst. So, weiter geht's. Der Stefan machte hier schon warm. Übrigens, Neuzugang bei Rocker. Könnt ihr gerne mal abchecken. Wir starten mit einem unspezifischen Warm-up. Das bedeutet ganz einfach... Seitdem der Zidlo zugegeben hat, dass der am Stoffen gewesen ist, sponsern die jetzt auch Stoffe bei Rocker, ne? Geil, Alter. Endlich. Geht mal in die richtige Richtung bei euch, Freunde. Cardio, leichtes Cardio für 5-10 Minuten. Dabei zippt der Stefan auf jeden Fall den Gold Pump. Wir machen uns jetzt so 5-10 Minuten warm und dann gehen wir rein ins spezifische Warm-up. Fangen wir an mit der ersten Übung, und zwar mit einer flachen Brustpresse. Am besten sucht ihr euch eine Maschine aus. Blickt ihr mal hin, Stefan. Eine Maschine aus, bei der die Griffe konvergierend sind. Wichtig, konvergierende Griffe laufen von unten, von oben nach unten, schräg zusammen. Du Held. Komm, fördert ein bisschen Respekt hier an den Streamer. Du Held, kriegst du erstmal einen Timeout, Alter. Weil wir sind Lust mit dir, Junge. Ab auf die stille Treppe für 600 Sekunden. Auf ganz entspannt, du Held. Aber danke für den Tipp, ich check das jetzt ab. So, ach, hier haben wir den kostenlosen Trainingsplan. Danke dir, mein Lieberhaar. Kannst dich leider nicht bedanken, weil du gerade auf die stille Treppe bist. Da muss man aufpassen, wenn jemand mit mir redet. Also, wir haben einen schönen Trainingsplan. Pushbulllex haben wir auch. Schreibt der Kurz- oder Kürzhantel? Nee, der schreibt tatsächlich Kurzhantel da rein. Pause, Setup. Ghedanische Folter, Digga. Die Ghedanische Folter ist auch... Ey, der Typ ist so geil, Alter. Und Arnold Split gibt's auch noch. Alter Falter. Also, der Kai, muss man ihm sagen, hat er sich wirklich Mühe gegeben. Props gehen aus, kostenlose Trainingsplaner gibt's heute nicht allzu häufig. Das bedeutet, hier unten habt ihr sehr viel Dehnung. Und wenn ihr jetzt nach oben drückt, ihr seht, die Griffe, also die Arme wandern nach innen. Das sorgt dafür, dass ihr in der untersten Position richtig viel Dehnung auf der Brust habt und oben eine richtig gute Kontraktion. Also, die Brustpresse fühlt sich sehr, sehr gut an. Dann im letzten Tutorial haben mich viele gefragt, wo soll ich die Griffe positionieren? Und zwar positioniert die Griffe immer so ungefähr auf die Nippelhöhe. Das müsst ihr natürlich selber herausfinden, wie für euch das Beste ist. Aber ich kann euch mal empfehlen, testet es aus, ungefähr auf Nippelhöhe. Dann, Stefan macht es hier richtig nice. Er nimmt die Ellenbogen rein. Er drückt nicht so, sondern er nimmt die Ellenbogen rein. Kommt dadurch in einen besseren Winkel. Dann macht er auch schon die Brust groß. Deshalb dafür, dass die Brust sich um den Brustkorb legt, habe ich alles im letzten YouTube-Video erklärt. Und dadurch trainiert er halt richtig schön die Brust. Fühlt nochmal eine Übung aus, eine Wiederholung, damit die Leute richtig schön sehen, wie es gut aussieht. Yes, perfekt. Die Maschine feiere ich übrigens auch extrem. Die ist gut. Hammer macht manche Maschinen gut, tut manche völlig Kernschrott. Aber eigentlich bei jedem Hersteller, bei Gym 80 auch. Die haben auch manche, weil ich finde die Druckmaschinen von Gym 80 nicht so geil, muss ich ehrlich sagen. Da finde ich die von Hammer irgendwie besser. Wenn man jetzt von vorne sieht, wie breit Stefan greift, und zwar in der untersten Position hat er ungefähr einen rechten Winkel zwischen Griff und Unterarm. Dadurch hat er nämlich die perfekte Kraftübertragung und kann richtig schön die Kraft von seiner Brustmuskulatur auf die Maschine übertragen. Hier machen wir drei Sätze im Wiederholungsbereich zwischen sieben bis elf Wiederholungen und dann geht es weiter mit der nächsten Übung. Weiter geht es mit der zweiten Übung für die Brust. Nach einer drückenden Übung machen wir eine fliegende Übung, und zwar eine Butterfly-Maschine. Stefan setzt sich hier schon hin. Ihr nehmt beide Griffe in die Hand. Achtet darauf, dass die Griffe ein bisschen niedriger sind wie eure Brust. Stefan, die Maschine perfekt eingestellt. Dann geht ihr schön weit nach hinten. Aber Stefan ist auch wirklich so ein richtiger Vorzeigetyp. Mit dem könntest du jede Übung abfilmen oder abfotografieren für so eine Manself, wo die so Übungen zeigen. Oder irgendwie bei McFit laufen manchmal, früher auf dem Fernseher lief immer so, da waren so Models, die haben gezeigt, wie man irgendwelche Übungen ausführt. Der könnte voll da reinpassen. Schaut wirklich, dass ihr richtig schön Stretch auf die Brust bekommt. Drückt das Gericht vorne zusammen. Ihr könnt es auch vorne für eine Sekunde heben, damit ihr ein bisschen den Schwung rausnehmt. Wieder schön nach hinten gehen, Brust aufdehnen und schön nach vorne drücken. Und dann habt ihr eine richtig schöne Übung. Könnt euch nochmal bei der Übung richtig schön ausbauen und auch wichtig, ganz schön aufs Muskelgefühl konzentrieren, damit ihr auch richtig schöne Mind-Muscle-Connection bekommt. Dementsprechend auch wirklich gut die Brustmuskulatur trainiert. Zwei Sätze, elf bis 14 Wiederholungen. Dann ist mir viel zu sauber, wie die Jungs da trainieren. Dann seid auf jeden Fall gut versorgt. Machen wir weiter mit der dritten und ersten Übung für den Rücken und zwar mittelbreite Latzüge. Vorteil bei der Übung, die könnt ihr wirklich in jedem Fitnessstudio ausführen und die trainiert mit der Übung gleich sehr viel Rückenmuskulatur mit. Schleffer macht wieder die Übung vor und zwar greift die wie gesagt mittelbreit. Hieran könnt ihr euch... Ich sage euch, wie es ist. Nehmt euch von Kai Gidan keine Trainingspläne oder Tipps an zu Herzen, die rund ums... um den Brustmuskel gehen. Also bei Brust, da würde ich gar nicht auf den Mann setzen. Dann seid ihr auf der falschen Adresse. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurz Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall ESM.com. Dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal. Unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer-Whey-Protein und schaut auch unbedingt auf OACE vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. An dem Griff mit euren Daumen orientieren hat Stefan schon gemerkt. Reaper aka Dev. Danke dir fürs Prime-Abo, der Gart. Und zwar seht ihr hier die Biegung, dann ein bisschen die Daumen weg, rumgreifen und schon habt ihr einen mittelbreiten Griff. Dann natürlich reingehen, oben richtig schön den Stretch auf den Rücken bringen, dann nach unten ziehen, leicht nach hinten lehnen und natürlich mit. Guck mal, der Kollege, der passt auf und der weiß jetzt direkt, wie man Latz ihn ausführt. Weil der Kleider hat hier so gut posaunt da. Jeder kann zuhören, das ist doch top. Fühl unten den Lat. Das ist echt eine Bereicherung für die Fitnesswelt dieser Mann. Oder wie gesagt, den kompletten Rücken kontrahieren. Beim nach oben gehen, wie gesagt, wie immer, das Gewicht kontrollieren und nicht sinnlos durch die Gegend schmeißen. Langsam nach unten ziehen. Der hört richtig interessiert zu, der Mann. Und dann wie gesagt, negative kontrollieren, oben auch den Oberkörper, nach vorne drücken. Dadurch kriegt ihr einen richtig schönen Stretch. Original Toffee, danke dir für das Abo mit Prime, Digga. Auf den kompletten Rücken. Bad Batu ebenfalls. Man macht die Übung so nochmal viel effektiver. Jetzt bei der Übung führt ihr drei Sätze sieben bis elf Wiederholungen aus, also im Wiederholungsbereich und schaut, dass ihr ungefähr in den Wiederholungsbereich reintreift. Wenn ihr jetzt elf Wiederholungen macht, dann erhöht ihr das Gewicht. Schaut, dass ihr ungefähr wieder bei sieben Wiederholungen seid. Wie gesagt, schön intensiv trainieren. Gewicht aber nicht sinnlos durch die Gegend schmeißen, sondern wie gesagt, Stefan kontrolliert das Gewicht richtig schön. Und was sagst du? Kommt es im Rücken an? Ja, kommt es im Rücken an. Ja, ist sehr, sehr nice. Wie gesagt, große Pluspunkt. Die Übung könnt ihr wirklich in jedem Fitnessstudio ausführen. Und jetzt geht es weiter mit der nächsten Übung für den Rücken. Weiter geht es mit der zweiten Übung und zwar bei dem Trainingsplan haben wir uns speziell darauf fokussiert, besonders Übungen auszuwählen, die auch wirklich jeder von euch im Fitnessstudio ausführen können. Klar, wenn ihr eine enge Rudermaschine habt, die brustgestützt ist, dann führt die auf jeden Fall aus. Aber für den Großteil der Leute macht eben diese Übung viel mehr Sinn, weil ihr sie auch wirklich in eurem Fitnessstudio... Das ist ein Fit One, ne? ...sobal ihr ausführen könnt. Also, was machen wir? Wir machen enges Rudern sitzend am Kabeltürm. Und zwar nehmen wir dafür den Griff, Die Füße hier positionieren, damit man ein bisschen mehr Stabilität hat. Dann, Stefan macht es richtig, sich leicht reindrehen und den Arm eng zum Körper herziehen. Genau, genau. Was sagt ihr, Freunde? Stefan natural? Ja oder nein? Ja, eins in den Chat. Zwei, nein in den Chat. Stefan ist der hier. Eins, er ist natural. Zwei, er ist nicht natural. Jetzt in den Chat bin ich. Bin mal gespannt auf eure Meinung. Nicht darauf konzentrieren, den Ellenbogen richtig schön zur Hüfte zu ziehen. Auch schön den Arm mit nach vorne zu nehmen, damit ihr es richtig schön seht, damit der Latt schön aufgestretcht wird. Und natürlich wieder richtig schön kontrolliert das Gewicht Richtung Hüfte ziehen. Also stellt euch wirklich vor, ihr wollt den Ellenbogen hier in die Hüfte rein rammen. Und da spürt jeder von euch dann wahrscheinlich beim Ausführen das erste Mal der Latt hier richtig schön, also der ist richtig fest, richtig schön angespannt ist. Und hier auch, ihr bekommt sehr, sehr viel Dehnung auf den Rücken. Die Übung knallt wirklich extremst alt. Sehr, sehr effektive Übung mit großem Vorteil, dass ihr sie wirklich in jedem Fitnessstudio ausführen könnt. Habt ihr eine enge Rudermaschine, dann führt die gerne aus. Genau, ganz wichtig, beim nach vorne gehen, richtig schön den Lapp um den Brustkorb legen lassen. Dadurch wird er nämlich noch mehr aufgedehnt. Und ihr habt noch eine viel effektivere Übung. Da ist er bei Kai immer ganz einfach um den Brustkorb rum, weil da ist ja nichts vorhanden. Also ist er automatisch immer um den... Empfehlen kann ich euch auch, Stefan macht es richtig schön, vorne eine kurze Pause einzubauen und hier oben eine ganz kurze Pause. Dadurch nehmt ihr nämlich 100% den Schwung aus der kompletten Übung raus. Trefft so wirklich noch viel besser eure Rückenmuskulatur. Also bei Stefan, da zerreißt glaube ich gleich den Lapp, so wie sich das anfühlt. Richtig nice und effektive Übung, die wirklich jeder von euch im Fitnessstudio ausführen kann. Sagen wir machen weiter mit der nächsten Übung. Weiter geht es mit der seitlichen Schulter. Hierfür führen wir Seitheben mit der Kürzhandel aus. Stefan macht die Übung hier vor. Ein absoluter Game-Changer war es für mich auf jeden Fall vorzustellen. Stefan hat es auch schon gesagt. Und zwar, ihr würdet mit den Armen einen richtig schönen Kreis zeichnen. Also die Arme eigentlich komplett fast schon durchgestreckt lassen und wirklich versuchen das Gewicht auch... Der Chat ist einfach um zwei Minuten verzögert. Ich habe die Frage vor zwei Minuten gestellt. Krass. Ist leider die Leitung hier, Freunde. Sorry. Langsam nach unten abzulassen. Die meisten schmeißen halt das Gewicht einfach nur nach oben, aber da trainiert ihr dann komplett an der seitlichen Schulter vorbei. Also ist eigentlich so durchwachsen. Meinung ist geteilt. Er könnte natural sein, er könnte aber auch am Ballern sein. Oder ein Fake-Nit hier. Kann auch sein. Denn die Negative ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Oder ein Gering-Dosierer. Kann auch sein. Punkt, den ihr auf jeden Fall berücksichtigen solltet. Der verlinkt sich auch noch ein kleines bisschen nach... Der sieht neben dir aus wie ein Kleinkind, sage ich. Das stimmt. Das aber auch, weil ich viel mehr wiege. Ist normal. Trotzdem ist der ein brachialer Athlet. Das hilft euch dabei, ein bisschen besser in der Skapularebene seitdem auszuführen. In der Skapularebene, korrekt. Richtig. Also da stresst ihr dann speziell noch besser die seitliche Schulter. Wichtig auch hier, schön mit Feeling zu arbeiten. Ein häufiger Fehler ist halt, wenn ihr euren... Mach es mal falsch. Und zwar, wenn ihr eure Arme genau anwinkelt, dann habt ihr einen anderen Hebelarm. Könnt dementsprechend natürlich mehr Gewicht bewegen. Aber es bringt euch natürlich nicht wirklich was. Denn ihr wollt... Doch, guck mal. Die Schulter von Chris Kall und er drückt die ganz anders weg. Die Kurzhantel. Fürs Seitheben. ...eine Muskulatur effektiv treffen. Dementsprechend die Arme immer schön durchstrecken. Der schwingt noch mehr und der steckt da gar nichts durch. Und irgendwie hat der bessere Schulter. Leicht nach vorne zur Seite heben und wirklich... Stellt euch vor, ihr wollt die Handeln wegschmeißen von euch. Und dann sieht es auf jeden Fall richtig gut aus. Bei Stefan kommt die Übung auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Das sieht man auch auf jeden Fall in der seitlichen Schulter. Wir machen jetzt weiter mit den nächsten Übungen und zwar mit Bizeps Curls. Weiter geht es mit der nächsten Übung und zwar Bizeps Curls mit der Kurzhantel. Hier steht... Kurzhantel. Direkt vorab, bevor es Gewicht greift. Der erste Tipp und zwar greift man das Gewicht. Ganz wichtig, greift eine Handel ganz oben. Denn dadurch erzeugt ihr einen Hebelarm. Und wenn ihr jetzt die Handel eindreht, wird halt eben der Bizeps bei der Suppination noch ein bisschen mehr belastet. Boah, das sieht richtig krass aus. Richtig nice. Richtig dünne Haut. Dann sieht es immer so plastisch aus. Schön den Bizeps trainieren. Stefan macht es sehr, sehr gut vor. Wie gesagt, du siehst auf jeden Fall, dass er richtig Ahnung hat vom Training. Denn er macht die ganzen Übungen wirklich sehr, sehr kontrolliert. Und man sieht auch, dass ihr auch richtig krass im Bizeps ankommt. Warum machen wir Bizeps Curls mit eindrehen? Weil der Bizeps zwei Funktionen hat. Einmal die Flexion und einmal die Sublination, also das Drehen des Unterarms. Und wenn wir diese zwei anatomischen Funktionen gleichzeitig ausführen, haben wir eine richtig effektive Bizepsübung, mit der wir schon sehr, sehr viel Trainingsstimulus erzielen. Stefan macht es hier gut vor. Achtet auch darauf, wenn ihr nahe ins Versuch muss. Mashallah, Gidanius, Junge, mit neuesten Tipps. Ich würde sagen, kommt, nicht mit zu viel Schwung zu arbeiten, sondern versucht euch wirklich richtig schön durch die Übung durchzukämpfen. Und dann kommt ihr auch richtig schön in den Arm an. Was sagst du? Pump? Kommt an. Kommt an, Leute. Ich würde sagen, wir machen weiter mit der letzten Übung. Täuscht das, oder sind Kai's Schultern im Vergleich zu klein? Kai hat brutale Arme, ja, brutale Beine. Brustschulter ist leider wirklich seine Schwachstelle. Er hat echt eine scheiß Genetik, aber jetzt war Spaß beiseite. Der gibt sich Mühe, der reißt sich den Arsch auf, der nimmt das Ganze sehr ernst. Ist ja auch, egal, die Beine, wenn ihr die live seht, auf Wettkampf, die sind wirklich, wirklich sehr böse bei Kai. Brust, komplett Kernschrott, aber wie gesagt, da kann er nichts für. Der kann so viel trainieren, wie er will. Der wird nie eine geile Brust haben. Oberkörpertraining auch schon beendet. Und das sage ich nicht, weil ich den irgendwie haten will, das sage ich, weil es so ist. Die wird immer hinterher hängen, die Brust. Machen wir weiter mit der letzten Übung, und zwar Trizepsextensions am Seil, am Kabelzug ausgeführt. Stefan macht es wieder vor. Ihr nehmt das Seil hier unten. Dafür werde ich zum Beispiel nie so brutale Cuts in den Beinen haben, wie er, oder so allein, so einen Schwung in den Beinen. Das ist Genetik. Nehmt euch leicht rein, damit ihr richtig schön Dehnung auf dem Trizepskopf habt. Und dann drückt ihr das. Boah, was hat der für ein Trizeps, Alter. Seil richtig schön nach unten durch. Genau. Ganz wichtiger Punkt, ich habe oft schon Trizeps Schmerzen oder hier Ansatzschmerzen bekommen am Trizeps Ansatz. Warum? Weil ich mit zu viel Schwung gearbeitet habe. Dementsprechend achtet darauf, dass sich der Oberarm überhaupt nicht bewegt. Und wirklich fokussiert euch darauf, wenn ihr nach oben geht, das Gewicht langsam nach oben zu lassen und oben auch richtig schön die Dehnung im Trizeps zu spüren. Dann seht ihr auf jeden Fall, dass die Übung richtig gut im Trizeps ankommt. Wir führen hier zwei Sätze aus, 11 bis 14 Wiederholungen. Achten auf jeden Fall darauf, dass wir richtig schön die Dehnung mitnehmen. Unten schön die Kontraktion. Fällt euch ein bisschen weg vom Kabelzug, aber nicht zu weit. Ihr könnt auch ein bisschen experimentieren. Wenn Stefan zum Beispiel jetzt ein bisschen mehr nach vorne gehen würde mit den Armen, genau, dann würdet ihr ja noch ein bisschen mehr Dehnung drauf bekommen. Jetzt, ihr könnt so leicht dynamisch arbeiten, aber auf jeden Fall solltet ihr nicht übertreiben. Das war es mit dem Oberkörper-Workout. Jetzt gibt es noch einen kleinen Geheimtipp, damit ihr auch wirklich... Endlich kommen wir zum Geheimtipp, damit wir das maximalste rausholen, oder was macht er jetzt? Das Maximum aus eurem Training herausholt. Ja, ich habe es gewusst. Also aufgepasst. Ein ganz wichtiger Punkt, nach dem Training sein Körper mit den richtigen Nährstoffen... Ne, das ist der Geheimtipp. Die richtigen Nährstoffe, oder was? Dafür habe ich wieder die... Ich dachte, jetzt kommt irgendein Gamechanger, Alter, womit ich wirklich endlich mal einen guten Oberkörper aufbauen kann. Mann! Rice Cream am Start, zusammen mit No Way Pro. 30 Gramm, da habe ich hier 3 Gramm Leuzin pro Mahlzeit. Und natürlich Rice Cream leicht und schnell verdauerliche Kohlenhydrate. Ihr feiert die Rice Cream, wie gesagt, richtig krass ab. Und mit dem Code Kai zusammen im Set bekommt ihr fast 20% auf die Rice Cream. Also schlagt zu, gönnt euch die Rice Cream. Ich esse jetzt auf jeden Fall auch die Rice Cream nach meinem Wohlverdiener-Oberkörper. Der hat einfach 15 mal Rice Cream gesagt. Ihr könnt mir auf jeden Fall in die Kommentare wissen lassen, ob ich die Serie weiterführen soll. Dann kommt noch ein Unterkörper-Workout für Anfänger, beziehungsweise Fortgeschrittene. Checkt den Link in der Videobeschreibung ab, denn dort findet ihr, wie gesagt, den kostenlosen Trainingsplan mit Übungen, mit Reels. Dort könnt ihr euer Training dokumentieren. Dort habt ihr alles, was ihr braucht. Gerne abchecken. Und lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, ob ich die Serie weiterführen soll. Jetzt wird das mal gegessen. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten YouTube-Video. Ich bin raus, Alter Kai. Ciao. Tja, Freunde. Da habe ich mich voll geirrt. Ich dachte, da kommt ein richtig geiler Special-Geheim-Trick am Ende und der will uns da seinen Rice Cream andrehen. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esend.com vorbei mit Rabattkot-William. Sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal, beispielsweise auf ein leckeres, Iso-Clear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch zwei Wochen. .com ist jetzt online. Da könnt ihr euch aktuell drei verschiedene geile Designs sichern. Alle Links sind immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dickchen machen wollt, schaut unbedingt bei oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattkot-William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tank-Tops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch dreimal die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr. Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.